das ist ja auch nicht das ist ja da da hinten kommt es vorbei ja 1 dann 2 eigentlich müsste er nägel muss ich suchen desinfektionsmittel benutzen drei außenseiter mit psodokillen und als letzter die runde 7 sturmgewehre und dem begegnung spielen da ist mit den cw gegen krieg sehr wohl hin so das könnte heute klappen da meine frau von ausgegangen ist dass ich eigentlich heute männer abend mit meinem jungen machen dazu kam es jetzt doch nicht jetzt guckte allein teamkiller ist weit links neben uns ganz hinten aber ich bin mal vorsichtshalber die pure ice sind weiter weg der nächste ist rechts neben uns auch nicht so weit weg muss anfing an so denn vorm haus das ist aber ungünstig jetzt mit dem kollegen nebenan offensichtlich schon ist oben am dach tragbar hat mich der nächste ist hier stör sender habe ich gemacht kann er mich nicht noch mal ping keine blog ist so teamkiller looted das ist übrigens eins der outfits die es in season 8 gibt das bessere ich habe den tag das beast outfit freigeschaltet bei feuergefecht freigeschaltet bei feuergefecht ja ok der ist beim gehen wir zum auto oder gehen wir direkt ich guck gerade wo der ist hier direkt sehen tue ich ihn noch nicht da hinten du machst kein krach mehr nein er macht kein krach mehr weil er tot ist ein schuss du bist auch sicher das liegt also nur hinten in der fabrik jetzt nicht hier vorne noch in der lagerhalle nein nein das liegt nur hinten in der fabrik aber das war unbewaffneter wir hatten unbewaffneten ja und einen noch mit dem messer eigentlich das war ein solo da hinten gibt es aber ich bin mir ganz sicher ich wollte nur wissen ich habe mir das video immer noch nicht angeguckt es tut mir irgendwie leid jetzt wieder ne ist so meine morale ist gerade da bis es mich irgendwann einschwert so wie andere gesagt hat also ich bin jetzt auf dem weg zur fabrik und du bist auf der anderen seite ich komme ja ja ich bin auf jeden fall da nochmal naja die beiden safes sind leer auf jeden fall der eine ist hier in der nähe der ist hier ungefähr also da die richtung ja das ist der andere einzelne wahrscheinlich auch mal eins hinter uns naja das ist mir dann erstmal egal ich bin jetzt schon so weit vorne schade scheinen wir in der näheren umgebung erstmal der einzige seine telefon habe ich halte dafür fische limikalien hier in den dingen ja jeder schrank fisch zumalien alter waren sind aber alles hier nur tantre hat auch geboostet waffen komponenten scheiße weiter jeder sprang aber auch nichts anderes kann so weiter gehen auf irgendeinem spinnt auf irgendeinem blauen spinnt gibt es ja nochmal irgendwo spinnte oder waren das die einzigen ja ganz ganz oben gehen wir ganz nach oben da müssen wir die kreppe hoch ja können wir ja machen oh warte mal hier unten könnten auch noch welche sein ja hier hinten auf einen spinnt oben drauf ja 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 auf einen spinnt oben drauf das ist ja nur chemie überall duschgel drin hm hm ich bin aber auch der meinung oben gibt es auch nochmal irgendwo spinnte ganz viele also das sind unfassbar viele hier sind auch noch welche oh gott das ist alles von Chemie das müssen wir mal wissen ey ja aber ich glaube wenn du nicht geboostet hast dann ist das hier nicht so warum auch ne warum auch ne das schöne ist ja auch hier ist ja sonst nicht ich habe eine foto angenommen der ist hier hinten ach ja das airdrop in coming get ready ja das müssen wir hier hoch ja ich habe hier nochmal spinnte gefunden oh gott alter hier ist alles voll mit spinnen ey unfassbar aber nirgendwo ein Feuerzeug drauf ne sich auch aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit haben wir treibstoff um den ausgang der nahe dran ist zu bezahlen haben wir auch strahlung also hat er hier ist ja sogar waschräume ey wir sollen wir da mal was eigentlich ein schlechtes gewissen dass ich so viel lernen so es geht auch noch höher und noch mehr spinnte ja wir gucken jetzt hier auf der suche nach dem Feuerzeug ich bin mir nicht sicher Jan hat Jan Jugo hat ja das auch gefunden ich bin mir echt nicht sicher ob der das nicht diese Scheiplatte im Dings gefunden hat weißt du im ähm auf so einem Förderband das kann sein weil hier sind jetzt keine Spinte mehr hier kommt auch nix mehr wir sind auf der Fahrstuhl da wo es der mal da unten geht auf jeden Fall habe ich sehr viel Chemie ja ich hab 6 25er Stacks und noch ein 8er Stack da sehe ich jetzt nix im Förderband andere Produktion haben wir hier ich ja ich hab nicht ganz so viel Chemie glaube ich ja natürlich doof aber eigentlich muss es ja dann hier irgendwo liegen ne ja aber ich weiß nicht eigentlich müsste es ja auch rein theoretisch wenn es nur auf dieser Map ist immer hier sein weißt du naja jede Runde weil es ja nur hier sein kann kann aber auch sein dass es halt nicht so ist weil dann hätte ja jeder eins davon und diese Fischereifabrik ist halt einfach auch mega groß ne ja aber jetzt ich hab jetzt echt alles abgeklappert hier wenn man überall nah vorbeigeht müsste ja irgendwo ein Quadrat aufflochen die sieht man auch eigentlich man hat sogar gesehen wie das aussieht im Store man hat das hat ja oben diese Sippo Klappe hat ja ein Norwegen Fahne und die hat man sogar gesehen also ja dann drop und raus die haben ja das war mhm so mein Telefon sogar ist hier unten an drop läuft er vom Drop weg ne ich glaub er geht grad hin er steht eigentlich noch so einer der die ganze chemie versichert juhu der der will vor der zeit vor den kisten granate mit mir ich habe nie eine granate mit ja so eine granate für den container oder schreibt noch ein emp foto der schatz ist bei uns in der nähe gewesen ja ich hatte das foto auch in der tasche aber ich hatte noch keine zeit darauf zu gucken strahlung ist im anmarsch und du bist jetzt direkt neben dem verbarrikadierten ausgang ja also den abruf noch holen wird der note habe ich zwei joden mit aber ich will mir erstmal hin bist du denn gestorben noch 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 hier ist er nicht das foto gucken ich glaube das müsste hier unter den häusen sein ich nehme mir lieber noch ein bisschen chemie von dir mit ja noch lehrer mit der jahre versichert gewesen ich wollte auch diese blöde Waffe ganz mit welcher hast du denn mitgenommen ja die m2 49 die drücken auch kein glück mehr spiele ich eigentlich mit der rpk mit der wieder mit maximal ausgang markieren das buddelloch hier da musste aber auch noch ein stück über den steg gehen ja ich habe zwei joden mit das würde ich schaffen so weit ist es ja nicht weg ja aber ich kann ja jetzt ein jod einschmeißen aber ich finde das buddelloch nicht ich bin sogar egal naja zumal wo wir angekommen sind von vorne sind ja noch mehr fischgestellte also nein das ist aus dem fenster raus und da bei den rohren das ist da schon ja wahrscheinlich aus freude dass es geschafft hat schade hat die ganze halle abgesucht kein feuer da naja kein feuerzeug da 143 chemie abbeutet ich habe 293 chemie erbeutet 153 chemie abbeutet